Aber ich bin halt leider zu gutihaft. Komm, laber mich nicht zu, lass mich einfach nochmal machen. So. Mein Z-Knopf ist aber auch... Scheiße positioniert. Muss man so zu sagen. Also wenn da was auf Zeit gehen soll, dann... Oh Gott, auf ein neues. Wo sind sie denn die Ballons? Auf die Roten sollte ich jetzt gar nicht so sehr achten, glaube ich. Auf die blauen Geschichten. Einfach in Bewegung bleiben und ballern wie ein Irrer. Das ist der Schlüssel. Wenn man lange Zeit nichts trifft, so wie ich jetzt, dann... wird das halt nichts. Hälfte der Zeit ist oben. Ich hab nicht die Hälfte der Punkte erreicht, das geht halt nicht. Vielleicht ist es auch besser, eher oben zu sein. Da hat man mehr im Blick.